Jeden Tag erfuhr ich nun etwas Neues über den Planeten, über die Abreise und über die Fahrt. So lernte ich am dritten Tage die Tragödie der Affenbrotbäume kennen. Auch dies verdanke ich schließlich dem Schaf, denn unvermittelt fragte mich der kleine Prinz, als wäre er von einem schweren Zweifel geplagt, Es stimmt doch, dass Schafe Stauden fressen. Ja, das stimmt. Ach, da bin ich froh. Dann fressen Sie doch auch Affenbrotbäume. Ich erklärte dem kleinen Prinzen ausführlich, dass Affenbrotbäume doch keine Stauden sind, sondern kirchturmhohe Bäume. Aber bevor die Affenbrotbäume groß werden, fangen sie ja erst damit an, klein zu sein. Das ist schon richtig. Aber warum willst du, dass deine Schafe die kleinen Affenbrotbäume fressen? Schon gut. Wir werden ja sehen. In der Tat gab es auf dem Planeten des kleinen Prinzen, wie auf allen Planeten, gute Gewächse und schlechte Gewächse. Infolgedessen auch gute Samenkörner von guten Gewächsen und schlechte Samenkörner von schlechten Gewächsen. Aber die Samen sind unsichtbar. Sie schlafen geheimnisvoll in der Erde, bis es einem von ihnen einfällt, aufzuwachen. Dann streckt er sich und treibt zuerst schüchtern einen entzückenden kleinen Spross zur Sonne, einen ganz harmlosen. Wenn es sich um einen Radieschen oder Rosentrieb handelt, kann man ihn wachsen lassen, wie er will. Aber wenn es sich um eine schädliche Pflanze handelt, muss man die Pflanze bei Zeiten herausreißen, sobald man erkannt hat, was für eine es ist. Auf dem Planeten des kleinen Prinzen gab es fürchterliche Samen. Und das waren die Samen der Affenbrotbäume. Der Boden des Planeten war voll davon. Einen Affenbrotbaum kann man, wenn man ihn zu spät angeht, nie mehr loswerden. Er bemächtigt sich des ganzen Planeten. Er durchdringt ihn mit seinen Wurzeln. Und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu zahlreich werden, sprengen sie ihn. Die Gefährlichkeit der Affenbrotbäume ist so wenig bekannt. Und die Gefahren, die jedem drohen, der sich auf einen Asteroiden verirrt, sind so beträchtlich, dass ich für dieses eine Mal aus meiner Zurückhaltung heraus trete. Ich sage, Kinder, Achtung, die Affenbrotbäume! Ach, kleiner Prinz, so nach und nach habe ich dein kleines, schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit hast du, um dich zu zerstreuen, nichts anderes gehabt als die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge. Das erfuhr ich am Morgen des vierten Tages. Ich liebe die Sonnenuntergänge sehr. Komm, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Da muss man noch warten. Worauf denn warten? Bis die Sonne untergeht. Du hast zuerst ein sehr erstauntes Gesicht gemacht und dann über dich selbst gelacht. Ich bilde mir immer ein, ich sei zu Hause. In der Tat. Auf deinem so kleinen Planeten genügte es, den Sessel um einige Schritte weiter zu rücken und du erlebtest die Dämmerung, so oft du es wünschtest. Einmal habe ich die Sonne 43 Mal untergehen sehen. So. Du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man Sonnenuntergänge. Am Tage mit den 43 Mal warst du also besonders traurig. Aber der kleine Prinz antwortete nicht. Ausflutte nicht. Ausflutte nicht.